Willkommen bei einer neuen Folge zu Mars4Logs, wir klettern jetzt die Leiter hoch. Oh, 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 da kommt was. Oh, die sehen böse aus. Rennt um euer Leben. Hopp, fettet selber hoch. Warum können wir das da vorne noch nicht? Böse, das will ich auch. Böse, die Bounty Hunter? Das ist mir. Ich habe ein Kontrakt für euch. Ein Mann wir wollen finden. Ich habe ihn, Dunn. Was ist er? Er ist Temperance, aber er nennt ihn Zauberoi. Er hat uns nicht zu beenden, er ist ein Renegade. Er hat uns nicht zu beenden, dass er die Arme ist. Arme? Du denkst, ich würde immer nach Boy Scouts gehen? In der Fall, ich weiß das, Roy. Ich wusste nicht, er war ein Renegade. Wir haben sogar zusammengearbeitet, in der Zeit. Er ist ein schwerer Mann. Er wird dir kostenlos. Er ist ein Preis. Wir können nicht diesen Mann arbeiten. Und wenn er stirbt, wir nur... ...gratet. All right, I'll be back with his body in a bit. Then, get out of here. Just Stinch is pissing my dog off. Tja, noch ein neuer Gegner. So, ja, was okay. Ich glaube, ich habe eine Freundin, nicht weit weg von hier. Sie wissen immer alles, was in der Stadt passiert. Ich glaube, wenn es ein Rebelles ist, sie können uns erzählen. Danke, Roy. All ich konnte denken, war sie sehen. Ich war eigentlich glücklich. Jetzt nichts. Ich fühle mich nichts. Es ist weg. Ich verstehe. Ich glaube, du bist ziemlich angre, auch. Wir wissen, was passiert. Aber das sagt, wir müssen uns aufhören. Wir müssen uns aufhören, woher zu bleiben, und schnell zu bleiben. Ich hatte ein Ort in der Stadt, in der Zeit, und nachdem wir eine Charite sehen, dann wäre es eine gute Idee, zu sehen, ob es noch da ist. Okay. Und Roy? Danke. Immer wieder gerne. Oh, level up. Wo gehen wir dann da hin? Was wird das hier aus? Okay, er will nicht. Nee, das brauchen wir nicht. Dann nehmen wir das hier doch am besten. Das schadet nie. Gesellenarbeit erwerben. Verschädigen. Weiter geht's. Ja, sieht gut aus. Schon wieder in der Kiste. Immer in seinem Ort. Das wiederholt sich anscheinend die ganze Zeit bei der Kiste. Na, 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 na. Da ist wieder einer. Geh mal da mal hin. Zu viele Wege. Ähm. Geh mal da hin. Geh mal da hin. Geh mal da hin. Geh mal da hin. Oh, zack. 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 Nie wieder in der Kiste. Dann warte nach oben. Ich will mal springen. Das müssen wir uns nicht mehr anschauen. Ich muss nicht immer von hinten. Zack. Zack. Ich helfe dir. Wir sollten jetzt okay sein. Aber wir brauchen Informationen. Und ich denke, wir brauchen Charity für das. Manche bewegen sich noch. Manche... Da ist wahrscheinlich auch wieder eine Kiste dahinter. Aber Schrott. Okay. Aber da ist eine Kiste. Oh, nee. Ich kann alles überspringen. Da ist aber noch eine Kiste. Da ist wieder Schott. Da ist man hier gucken. In a sense, this is Charity, a great lady of Chatelaire. A great lady? Don't listen to him, boy. I used to be a whore. Nothing more. But I don't keep my ears plugged. That's kind of why we came to see you. We'd like to know what happened to some former members of the Militia. Former Militia? His family, I suppose. Poor kid. Pretty much all of them were arrested in a single night. No one knows what happened to them after. I imagine there's a kind of a resistance movement, seeing what the government's like. Kid wants to get in touch with them. Hmm. You know, they're a secret society. And a secret society is, well, secret, you see? They don't exactly carry signs saying who they are. It'll take time. And I need a favor. A friend of mine disappeared. And she's not the kind of girl, anyone files a missing person on, if you see what I mean. She left a while back to go to Tyreville. And she never came back. Find her, Roy. And I'll find the resistance for you. In the shopping district, huh? Alright, I'll take care of it. Okay. Na, das hätten sie sich auch sparen können. So, als nächstes... ...Händler. Gehen wir hier oben hin. Und erzählen. You can say that again, but I think you're the guy for the job. From what I've seen, you're not the kind scared of duking it out with scumbags. I'm not planning on making a career out of it. Of course, of course, but it's for a good cause, see? There's this gang of junkies that's set up in my workshop. I can't go there anymore. And if I can't work, well, I can't earn a living. I'll pay you, of course. So I get a bunch of addicts out of your place. Then what? Then I'll give you some syrup, of course. And if you ever need a hand, you just let me know. Turnabout and all that, right? Alright, I'll go see those squatters. Thank you, thank you so much. I owe you. And actually, I'm the craftsman around here. Roy. Wandering evict her later. Hmm, okay. Don't you take me for a full chance. I can see you've been taking it again. You're looking for trouble? Last time wasn't enough? What? Who are you? Delivery man, I got an order to deliver a dozen kicks in the ass at this address. Won't take long, promise. Oh, yeah? You just tried, you fucking fucking fuck! Mm-hmm. Please, don't hurt them. They're just kids. They look old enough to stand and walk to the door. Unless maybe they want to crawl. But they don't know what they're doing. But they don't know what they're doing. That drug makes them that way. They have no idea what they're doing. To other people and themselves. Are you suggesting I let a guy who didn't do a thing pay for them? No, of course not. That's not what I meant. But violence will only make things worse. I can hardly get through to my son. Please. They're just kids. Go after the ones who take advantage of them instead. So, basically, you want me to take out their dealer. I don't really see how that's any of my business. They're squatting here to hide and because their dealer's nearby. If you cut off their supply, you'll be creating a long-term answer to your problem. And you'll be saving lives. All right. I'll go find the dealer. Just don't make me regret it. Oh, thank you. Believe me, they'll react fast. I'm a nurse and I know the effects of all these drugs only too well. Their dealer is called Serenity, I think. He has a place in the shanty. I'll show you on your map. All right. I'll go pay him a visit. Good. Have we got the next task? Okay. The dealer will try the next round. Und es versuchen. Dann bis denne. Ciao.